Marmung, dieses Wienerfeld, Verwalt, Explosions, Verstöte, Fahrzeuger, Häuser, Straßen, Leben, Schlecht, Humor, Schlecht, Menschen, Einreiche, Spiele und Grabe gesehen haben, dass diejenigen gekauft haben, für Schlechte und Komiteten, eigentlich mit Todes, alles zu kommen und zu her. Wenn die letzten Geschlecht haben, weiß ich, dass sie genau wieder auf irgendwelche Fünften der Runden an der Norddeutsche stehen und wünsche ihnen viel Spaß in der EU-Kimio. Ja, es geht ja gleich los. Oh, René! Was heißt denn jetzt, oh, René? Hier steht gleiche Nachschub ab! Ja, gleiche Nachschub ab, lalalalala. René! Leidvoll 1. So, jetzt bitte wähle ein Ding, damit wir bereit drücken können. Wer ist denn Private Paul? Bitte, 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 was ist denn hier los? Leute. Ne. Mach's das gut. Du könntest Sender machen. Jawoll. Hab ich mir auch gedacht. Ah, der Alf-Bucker. Oh, wow. Stufe 2 und 3. Jetzt geht's ab. Ich würde sagen, die sind ein paar Runden zu früh da, kann das sein? Ja! 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 T1! Unten am X! Kommen die protzig weg? Hey, das ist auch endlich mal was, was ich penetrieren kann, der am X, den Drill, den kriegst du nicht, der ist zu schnell. Ähm. Ach, Quatsch. Wohin wollen wir denn? Wir treffen uns alle unten links. Also ich würde sagen, ich fahre im Kreuz. Ja. Also ich würde ja gerne Margas Schutzschild nehmen. Niemals, Stefan. Alle zu mir. Alle zu mir. Ich hab Angst. Grasso dem Schisser in den Hintern. Bitte, warum? Was ist mit dem Kimono? Was? Beim Schisser. Das wirst du nicht tun. Alle Mann nach links. Und Ausweichmanöver! RUM! Ich könnte jetzt wahrscheinlich den Einschuss verlegen. In Lichtgeschwindigkeit, Kristoff, du bist ein Arschloch. Mann, du versteht keinen Spaß. Arschloch! So. Arschloch. Ich hab Angst, da kommen Gegner. Ich spiel gerade World of Tanks. Aber später mal. Da du hast keine Zeit, du musst arbeiten. Ich spiel gerade. Hallo, hallo. Vater, ich kann nicht. Ich hab nicht hart so arbeiten. Arbeit, Arbeit. Arbeit ist vollbracht. Ich mach auch Späer. Wer war das? Ich spiel. Boah. Tut mir leid, du stehst auf einmal da. Jetzt muss ich dich leider... Hast du ein Glück, dass du gerade in der Hauswand verschwunden bist. Oh mein Glück. Oh Gott. Wo bist du denn? Da hinten geht es ab. Ach, da sind die Leitungs. Dicke, dicke, dicke Kinder. In ihrem kleinen, süßen Panzer. Die Alprucker. Oh mein Gott, wir haben den Alp verloren. Und wir werden erobert. Zur Basis, René, zur Basis. Attacke, rückwärts schlagen. Oh, die sind alle direkt eingefallen. Wir haben es direkt verpackt. Ich hab sie gefunden. Ah, penetriere sie, penetriere sie. Bye, bye, bye. Er schreibt, bye, bye. Wieso schreibt der, bye, bye? Weil der keinen Spaß hat beim Spielen. Weil die mit vier wetten Dingern bei uns drin stecken. Vielleicht meinte er Best Buy. Das ist eine Marke. Da kann man gut Sachen kaufen. Oh mein Gott. Bam, er brennt. Marke, von rechts, von rechts. Ja, von überall. Ich komme. Von hinter dir, von hinter dir. Ich hab ihn von hinten penetriert. Ich muss nicht damage'n, Mann. T1, komm, yes. Es ist mir zu heiß hier. Der kommt. Komm schon, komm schon, lad nach. Der kommt. Da. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich flüchte. Nein. Jetzt sagen wir haben verkackt. Also, wir haben doch gesagt, wir wollen jetzt auch mal gewinnen. Der gegnerische Panzer war so hart, die Besatzung hat meine Kugel mit den Zähnen abgefangen. Der Tommy ist endlich schön. Seht es euch an, der Tommy ist schön. Oh mein Gott, Thomas, deine Schönheit blendet nicht. Ich bin dafür, dass wir uns irgendwo jeden verstecken und wagen ankommen. Ich würde ein Mager jetzt gern ein paar reinballern. Mager, ich wagen dir. Besser den Torn. Ja, du bist so besoffen. Deck mal, deck mal meinen Rücken ab. Ich schütze dich mit meinem Leben. Ich seh doch wegen der scheiß Sonne nichts hier. Mager. Muss ein Stück zurück. Ich reib mich an hier. Scouts, überall. Rote Punkte überall. Alter, das kannst du doch keinem zeigen. Wehe, du lädst das hoch, Mann. Was? Ich? Schnurbelst du den ganzen Weg von hinten? Nein, ich twerke dich mit meinem Panzer an. Du bist ein Spass. Ich wüsste ganz klar, warum mein Fahnenkreuz so komisch wackelt. Work, 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 work. Yeeho! Ich hab sogar aus Panik einfach geschossen. Ja, vielleicht. Das ist ein großer Panzer. Ein großer Panzer. Da, ein Speer! Ein Speer! Töte die, töte die, töte die! Töte die, töte die, töte die, töte die! Motor kaputt! Ich hab ihn voller Weg! Er hat nicht voller Weg! Da war ich ihn voller Weg! Wo ist repariert? Hilfe! Wo, 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 wo? Wo kam das her? Ah, von allen Seiten. Ich bin tot, yo. Ihr dürft eigentlich ziemlich leicht zu schlagen sein. Ich kümmere mich um den kleinen Panzer. Ihr dürft nicht den Fehler machen, irgendwo hingehen. Ihr müsst euch unbedingt hinter den Mager verstecken. Der hält alle Kugeln auf. Naja, also ich glaub, ein KV kommt echt nicht durch mich durch. Oder wir schießen einfach dem René alle Ketten kaputt, sodass er bewegungsunfähig ist und stellen uns hinter ihn. Das hatte ich eben schon. Ich hätte voll Bock, ihm hinten reinzuschießen. Mager! Gib ihm die volle Ladung hin vorbei! Äh, also wenn, wenn jetzt die Karte losgeht, dann muss ich mal auf den Feuerknopf drücken. Du hast 16 Sekunden, um abzuhauen. René! 13! Und wer steigt? Ich will mit spielen! Links, links in die Häuser, links in die Häuser, links in die Häuser. Ich will mit spielen! Nicht rechts, nicht rechts! Ich will mit spielen! Was war das? Ich war das! Ich will mit spielen! Schieß, René, die Kette! Tanz, Schlampe! Tanz! Was für eine Gruppe habe ich mir hier ausgesucht? Hier bleiben wir! Deft in beide Richtungen! Deft in beide Richtungen! Ich fahr den Berg hoch! Wer fährt denn da weg? Ich fahr den Berg nicht hoch! Wieso fährst du denn weg damit? Wir brauchen dich doch! Weil ich die anderen flankieren will. Und den Artillerie muss ich ausschalten. Okay! Mager! Schieb den René vor, den Feind! Mager, ich schieß dich ab! Ich schieb ehrlich und scheiße, ich schieß dich ab! Komm zu uns! Wo bist du da, Rum? Ich fahr hinter Mager her. Der ist so safe. Nur weil ich mich nicht beschädigen! Oh, oh! Die Telefonzelle beschützt mich, definitiv! Naja, du schärfst einen Hetzer, das könnte sogar passen. Ich dachte, das ist eine Falle von O2! Oh, der ist ein... Ey, der war mir! Ich wollte gerade abdrücken! Hast du ein Glück! Wo ist der Gegner? Wo ist der KV, Mann? Wo sind die Gegners? Wo sind die Gegner? Ich weiß auch nicht, wo die sind drin. Ich hab's gerade eingesehen und der ist aufgeplatzt wie eine Reintraube. Also ich will auch einen haben. Da ist die Artie! Da ist die Artie! Gönnt den kleinen, dicken Hetzer mal was! Ich glaube, ich will hier nicht mehr sein! In your face! Den kleinen, dicken Hetzer mit der Brille! Kommt schon! Ich fahr jetzt nach vorne! Alle tot! Die sind alle hier hinten! Kommt mal jetzt hier! Das ist so uncool! Das ist so uncool! Der geht von hinten rein, genau! Ich komme unerwartet von hinten! So hab ich es gern! Oh mein Gott, ich fahre! Abbralla! Abbralla! Ich fahre! Na! Sie haben mich alle verfehlt! Ich bin der Chen! Bam! Den KV direkt in den Turm! Hahaha! Ich furchte irgendwas in die Panzerballaden! Was? Panzerballaden? Ja, genau! Und daneben! Nein! 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 Nein, Leute, angreifen! KV-2! Ich bomb sie weg! Oh, ich mach dem auch Schaden! Christopher, hau mal ab! An nem KV macht jeder Schaden! Kann den hier mal abbleiben? Ah! 7% runter! Ich hab von beiden, er werd hin abgeknallt! Die Sohre wird sich, glaub ich, grad echt ärgern! Wenn ich den kleinen kommen! Bam! Was ist das denn? Der ging da rein! Das war meiner! Das war meiner! Das war meiner! Das war meiner! Hau doch mal ab, Mensch! Hallo, das sind nur Stufe 8-Panzer, ja? Das können wir nicht gewinnen! Natürlich! Ich lad meine Hochexplosivgeschosse, dann klappt das! Ja, die musst du auch laden, weil du sonst wahrscheinlich gar keinen Schaden an den machst! Ich mach so auch keinen Schaden, also ich mach mir da gar keinen! Ich bin höchstens... Was ich machen könnte, ich kann auch Framburg machen! Ne, das ist, glaub ich, auch sinnlos, seitdem die das angepasst haben mit dem Gewicht! Ja! Da haben die eigentlich schon sehr lange angepasst! Wir fahren einfach alle dem René daher! Dann parke ich den halt so zu, dass er sich nicht mehr bewegen kann! Meine Fresse! Ich hab jetzt schon Bock, ihm einfach mal einen reinzudrücken! Mager! Oh, komm, tu dir keinen Zwang an! Los, komm! Darf ich auch? Nein, der Mager! Pantschlampe! Bah! Wow! So, und jetzt ran mich! Pantschlampe! Pantschlampe! Ja, genau! Bitch! Äh, wieso schießen du eigentlich selbst? Ah! So! Was? Ich beschütze dich! Ich will doch umbringen! Du bist der Azubi! Du hast nicht auf mich zu schießen! Oh, ne, das ist ja so! Ich hab der einzelne, der vernünftig fährt, ist der Tommi! Ja, was ist mit dem Christopher? Du hast mich abgeschossen! Ich hab nichts gemacht! Oh, da ist jemand! Da ist jemand! Mager, geh mal da weg! Verdammt! Ah, ich hab den Baum getötet! Mager, hau mal ab! Ich fahr einfach panisch ums Haus rum! Er schenkt, er schenkt meine Leiche! Kommt der Tiger an? Was denn? Wurde getroffen! René, mach ihn fertig! Mach ihn fertig! Mach ihn fertig! Er hat nur noch 3%! Ballern ab! Schießen über den Haufen, Mann! Das lohnt sich nicht! Mach du! Ich hab... Ich muss so lange nachladen! Doch, komm, jetzt hör doch auf, du scheiß Panzer! Der rammt nicht! Einmal! Einmal hier und jetzt... Ah, das ist doch... Was kann doch jetzt sein? Ein scheiß Spiel! Wir können keinen mehr erreichen, weil die Karre brennt! Fick dich! Wieso funktionieren meine Schnelltasten jetzt nicht mehr? Das war doch ein schnelles Match, Leute! Yeah! Ich hab zwei Erfahrungen bekommen! Ich will doch nur mal irgendjemand kaputt schießen! Du! Ich! Ich hab Hetze! Äh, wieso fährst du eigentlich so ne Nussschale? Ich? Du bist der Schwächste im Team! Die Schwächste Kling! Nein, 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 nein! Nein, Robin! Du bist der Schwächste! Glied! Ah! Ah! René, und das war der schlechteste Witz des Tages! Alter, was ist denn das? Gegen diese Scheiß? Was heißt EHM eigentlich? Auf jeden Fall ist sie die Kacke! Warum kriegen wir immer nur so Scheiß Gegner? EHM heißt richtig harte Motherfucker! Und wieso sind die vom GSG9? Weil sie können! Wir kämpfen gegen Clans! Alter, was ist das? Yeah! Fucking Clans! Ja, super! Geil! Wir kämpfen gegen Clans! Alles auseinander pflücken! Ich würde mal langweilig! Ich würde sagen von durchs Kino! Du bist die Kino! Das ist die Kino! Weil die kommen gar nicht hin über den Berg, da kann man wenigstens cool ablosen! So, wir machen jetzt Stellungskampf wie beim alten Ab! Alter! Rampfdumelch noch ein Madhusal! Hey, lass mich mal fahren, du! Oh, junger, George, musste zu treten! Ich mach jetzt den Turm kaputt! Kann man den Turm kaputt machen? Ja, das würde ja mal alles auseinander pflücken! du noch mal weiß gar nicht wo ich hinten will der turm ist unzerstörbar ich halte mich an den das müsste ich aber von hinten tone nicht von vorne ich habe in die landschaft geschossen hat hast sogar 31 schaden an dem moment ja weißt du wie lange dafür schießen muss um die scheiß 300 hp runter zu ziehen nein egal wo ich ihn anvisiere das war ein kurzes grün aber ich lade 4 stunden da hast du gerade echt schwein gehabt man ja wen haben wir denn hier hinten kukuluru kukuluru hat er den hier wieder kukuluru gesagt sprügele wollte mich jetzt verarschen soll ich jetzt hier den frontpanzer machen oder was ja wir versuchen wir sicher werden ja ich habe noch ein die die mal irgendwas jetzt von der eindeckung und die andere gefahren hat das würde mich jetzt anpassen mag diesen berg nicht dieses spiel mit zwei kaputten ketten auf der gegenüberliegenden straßenseite hinter dem stein ist der nutze info wenn ich jetzt noch mal sehe da platzt der aber das problem ist die kommen wahrscheinlich jetzt mit den zwei aber deswegen muss ich jetzt mal ausklären wäre vielleicht ganz cool weil ich gerade echt ein bisschen schiss habe macht sich bereit da ist jemand der stu 8 panzer tötet schnitzel ob das war geklärt ja ich habe nur gerade keine schussbahn scheiße na komm schon komm der hat mein tank getroffen die sau als wenn der das sehen könnte jedes mal wenn ich ein kurzes fadenkreuz habe fährt er ein stück weg was ist das denn für ein sack ich habe den t71 angeschossen naja du kommst nicht durch ich wenn ihr wo was passt auf ich gebe euch jetzt voll die geniale flanke ich habe ihn eingetroffen ich habe ihn eingetroffen der hat mich nicht getroffen das ist der auch da der t71 der ist gleich tot mein erster kill gleich komm lass da was ist die AT hinter dir du kriegst mich nicht du kriegst mich einfach nicht du kriegst mich nicht you never catch me bitch ist noch einer ähm schafft ihr den da oben nein nein ich sterbe sterbe was ist das für einer aus dem jagdpanzer deutscher jagdpanzer ja mit drehbarmkuren was ja das ist der die karre ist so asozial besonders besteht nur aus geschützt man ich war einfach mal der dabei das muss mir dabei das ist das ist das ich sehe nichts ich weiß der ist hiervon aber ich sehe nichts jetzt mein letztes Mal also das war mir das okay das ist die AfD du bist ja gar nicht so scheiße wie du all im Assault Ja, ich geb doch schon Gas. Aua! Wer hat mein Bobbis penetriert? Nein, die Suche! Oh Mann, Thomas, du blockierst mich! Ich bin ein Brack. Halt die Schnauze, ich kann mich nicht wegbewegen. Hilf mir mal hier oben! Thomas mit seiner Alkoholsucht in Ruhe! Ich ahne draus! Hilfe! Ich ruck! Hilfe! Eta-Tier! Oh Junge, fährt er genau wie in seinem Feld? Nachladen! Robin, machst du Lieder! Du hast noch eine realistische Chance! Gib alles! Mit deiner Nussschale! In die Basis und immer im Kreis fahren, dann hast du's! Nein, ich mach jetzt Suizid von der Klippe hier. Gib alles! Links, links runter, links runter! Das ist ein Selbstmordkommando, Robin! Komm, bevor er dich tötet, bevor er dich tötet! Gib alles! Ihr kriegt mich niemals! Du bist mein Held! Du bist mein Welt! Das ist unser Team! Du hast unsere Kette repariert! Oh! Du hast es nicht hergeleht! Und du hast mich never hasen morgen! Oh du dead! Oh du dead! Oh du dead in VOT! W-O-B-O-B-O-B-O-B-O-B-O-B-O-B-O-B-O-B-O-B-O-B! Oder wie die Anführer von den Gauganern! Pro Б claro Telefon auf den Berg Ak Patt nur nun gut gewölln hier nicht an T ein Nacht Was? Was geht hier eigentlich mit euch ab? Was denn? Ist doch voll normal. Weißt du was? Ich hab ja einen eigenen Clan gekumpelt. Wisst ihr, was die Aufnahmebedingungen sind? Also ich dachte eigentlich, dass die Scheiße hier mit dem Bon bei der Arbeit enden würde, ja? Aber dann geht irgendwie weiter. Das erste Name kommt die Aufnahmebedingungen sind, man muss fett sein und geistig behindert. Dann kommt mal rein. Hier, Christopher! Hilfe! Stefan! Ich zeig dir, wo du lang musst. Ich baller jetzt den Christopher mal voll ab. Dann baller ich dir voll in Heck. Äh, hallo, fahre ich gerade als schwerer Panzer allein hier rum, wollte ich mich versch-sch-sch-heißern. Tommy, überleben! Ich mach den Banner kaputt! Was? Verdammt, die kommen durch die Mitte. Die kommen durch die Mitte! Wieso fahre ich dann in die Mitte? Nein, würde ich nicht. Du verstehst nur keinen Spaß. Kannst du dich leiden, gibst du! Hab doch nur mal ein Zoom gedreht. Ja. Warum kann ich die Banner eigentlich nicht kaputt schießen? Was? Wieso schieße ich eigentlich vorbei? Ich drehe oben, bergab bin ich schneller! Geranimum! Oh mein Gott! Kann man von hier oben snipern? Das ist die Frage. Hilfe! 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 Hilfe ich bin da Mager die Prima kaputt schießen Abbrall ab Hilfe 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 wir haben immer kaputt schießen Mio danke für die nicht vorhanden Hilfe ich hab dir geholfen da kommt ein Panzer ich will nicht sterben jetzt habt ihr Eier und fahr da runter und stirbt ja ein Mann nein 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 Boah, Christoph wird direkt von drei Leuten gegangt ja, ich will nicht sterben ich will nicht mal die Eier jetzt da runter zu fahren und den Jagdpander zu rammen weil du ihn dann nämlich einfach durch den Rammschaden tötest ok, das ist geil oh nein, das ist kein, das ist nicht geil jetzt, ich hab dir gewisse Evo, du bist, fahr runter ab die Eier, komm ja, der Potter ist mir ja, du kommst mit mir in die Hölle ja ja jetzt bin ich wieder auf den Berg lass mich auf den Berg lass mich auf den Berg nein Kette wurde getroffen bei den Kette, was? das war kaputt in der Teamschule erst wirst du festgehalten und dann wirst du verprügelt du musst eine sehr sehr schlimme Kindheit gehabt haben ja, siehst du, es sollen schon Leute arbeiten bei uns so, jetzt fahren wir in die Eier was willst du denn, René? du hast gut reden, ey Leute, die mit dir arbeiten, werden geistig gestört und psychisch labil ja, ich bearbeite euch ja auch den ganzen Tag mit so einer Scheiße also, da müsst ihr irgendwann dran kaputt gehen gewesen ja 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 ja